Hallo und willkommen zurück zu Enderil. Wir sind hier nördlich von Ark am Erkunden. Und ja, da ist jetzt anscheinend noch so eine Taverne. Brückenkopfhof. Gehen wir erstmal in den Wachturm. Woher? Woher? Gehen wir. Und da sind es genau so ein Messiah? Was? Woher? Diese Röntgen. Ja, das ist wiederholt. Was ist denn da? Garnis, hat nichts zu sagen. Eilt euch. Helena Unmut, hat nichts zu sagen. Rote Ochse. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Könnt ihr mich heilen? Lasst mal sehen. Hm. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Lichtmagie nicht heilen könnte. Malphas, segne diesen Körper. Entledige ihn seiner Leiden und schenke ihm Lebenskraft, Wegestreue und neue Stärke. Möge dein Licht ihn leiten. Alle Krankheiten geheilt, was auch immer ich für eine Krankheit habe. Ich habe das denn nie gepackt. Malphas, zum Gruß. Sichere Straßen. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Woher stammen die Lieder, die er sind? Ach, das ist unterschiedlich. Manche sind alte, endraleische Volkslieder. Andere habe ich unterwegs aufgeschnappt. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Malphas, zum Gruß. Schreitet wohl, mein Kind. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Malphas, zum Gruß. Das sind ja tolle Wohnräume. Das sieht mir aus wie ein Stall. Na gut. Malphas, zum Gruß. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Malphas, zum Gruß. Beeilt euch. Elgafner. Nicht zu sagen. Als Garunganta. Garungata. Afnars Hofladen. Gemüse, Obst, Bier und Wein. Und. Fumsreittier. Zeig mal eure Warnung. Aber sicher doch. Naja. Die Tröcher. Weil man kann Zauberbücher verkaufen. Schönen Tag noch. Kann ich auch direkt mal verbrauchen. So. So. Wie das genügt nicht. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann sag's mir doch. Schönen Tag noch. Na gut. Auch nix. Er ist alles voll mit Bauernhöfen. Da sind wir auch direkt im nächsten Bauernhof. Krieg auf Nerim. Krieg auf Kilei. Roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Unserer Heushofer. Eine nicht ganz so clevere Ratte. Was für eine Scheiße ist das? Okay. 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 Das ist schon ein bisschen hart. Ah, nichts falscher Spielstand. Ah, wieso muss denn der Quickload auch den... Ah, nichts falscher Spielstand. Ah, nichts falscher Spielstand. Ah, nichts falscher Spielstand. Ah, nichts falscher Spielstand. So funktionieren da meine Fähigkeiten nicht. Okay, die sind zu blöd jetzt um ihn hochzulaufen. Theoretisch könnte ich jetzt auch meine Fähigkeiten schon wieder benutzen, logischerweise, weil ja kein Bulldown haben. Okay. War jetzt kein schöner Kampf, aber... Na gut. Also auf jeden Fall noch eine Ratte. Okay. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch eine Quest für bekommen, das sauber zu machen. Oder ob das einfach nur so war. Okay. 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 Wee illustrisch ... Pornhof. Lass uns Haus. Wahrscheinlich auch wieder diese Ratten drin. Nö, ein bisschen nicht. Keine Warten sind da drin. Ja, geht's nach unten. Alter Turmkeller. Ah. Wollen wir da wieder raus? Ja. Interessant. Echt? Echt. Wann, wann. 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 Schon wieder Skelette, ja Ja, das muss man dann den anderen rein Oh mein Gott Ja, wahrscheinlich wieder so billige Schrottwaffen Spitzsacke Ah ne, da habe ich jetzt mal eine gute Spitzsacke weggeworfen Die nehmen wir mal wieder mit Okay Ja, ah, nehmen wir mal wieder Mhm Neh Das ist aber auch gar nichts Okay Gut Mut Ich mag auch nicht reden Ich muss mal nicht durchgucken Ja 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 Ja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Hier Mhm Mhm Ich schaue rein Borgstelle Ja Okay Ja, wenn das ein bisschen lebendiger wäre Schreitet wohl Lebt wohl Ja Geht das dann noch weiter? Sieht ja jetzt nicht danach aus Ja Haben wir eine Brücke Da hinten ist so noch ein Gebäude Gehen wir da noch rüber Ja Was ist da noch einer? Ist da noch einer? Ja Vielleicht sollte ich das auch andersrum machen Dass wir Das 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 wir Aha. Hallo. Ihr seid sicher für rumgekommen. Habt ihr vielleicht was zum Tauschen da? Zum Tauschen? Ich schätze, das kommt darauf an, was ihr braucht. Wege-streuen-feil? Wie geht's jetzt erstmal darum, den Schrott zu verkaufen? Das klingt schon ordentlich, den müsste man zaubern. Naja, aber ich finde da sowieso noch bessere Sachen. Ja, kommt weg. Absorbieren, ach, weg. So. Naja, und das andere ist alles Erz. Allerdings war ja hier auch... So, das hat sich auf jeden Fall schon mal nicht geklappt. Naja, ich bin nicht noch einer, ich bin der, der eben schon da war. Ach ja. Das hat mich kein langes Ver-Gedächtnis. Ähm. Ist nix. Bol von, ey. Ist. Ah. nur radenturm ja das lassen aber erst mal aus noch mal erst mal den landstrich fertig das zu viel wird an der anstelle oben hatte ich da ja auch eigentlich noch was erkunden wollen wo ich mir gedacht habe gut dieses tag dann gehe ich halt woanders hin da ist schon gut strömung da ist gut leer da có da ist es jetzt nicht muss würden ja 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 Okay, dann sieht es so interessant aus. Also, wir machen das wieder. Das 3, das 2. Das 3, das 3. Das 3. Wir landen rüber Begum'a Was? Was? In die Mühle kann man nicht rein. Da hat sich jemand eingemauert. Oder ist ins Fenster geklettert und hat es zugemacht. Was? 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 Wir sind auf der Seite. Wobei das noch ins Wasser geht, kann ich noch kommen. auch hier zu gucken ob da ein geheimgang hinter dem das gibt es nicht Das war's für heute. Was ist das? 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 Vielleicht auf der anderen Seite. Ich sehe aber nur diese Saartür. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der eine, den ich eigentlich hätte töten wollen. Dass der irgendwo in den Boden gestürzt ist. Das ist ja jedenfalls für immer verdammt, ohne Sprüche abzulassen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Vanöle. Ich sehe zwar nur einen. Oh! Oh! Hilfe! Um... Da muss es aber auch noch einen normalen Pfad geben. Da muss es aber auch noch einen Pfad geben. Da muss es aber auch noch einen Pfad geben. Scheiße! Na, suchen wir mal einen anständigen Weg nach oben. Okay. Kleines Inselchen, da können wir auch noch gerade drum rumpaddeln. Okay. 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 Da oben ist aber auch noch ein Turm. Oder ist das das, wo eben die Ratten vor waren? Huh? Huh? Nein. Okay. 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 Ähm. Erinnerungspunkte haben wir auch noch einen. So. Und wenn ich ja auch mal vergeben hätte, würde ich auch mal vergeben. Untertitelung des ZDF, 2020 steinhammer miene ja wo wir jetzt schon hier sind sollte man auch da reingehen ok da oben ist auch das fest zielen dann werde ich jetzt hier auch einen schnitt machen und dann schauen wir uns beim nächsten mal die steinhammer miene an bis denn